Hä? So was wie... Superheldinnen? Hä? Ähm, ja, genau. Superheldinnen. Auf Grundlage meiner scharfsinnigen Recherchen habe ich für jede von euch einen Superanzug entwickelt. Hä? Das ist ja so cool! Die Anzüge verstärken die Fähigkeiten, die euch gegeben sind. Sie schützen euch und halten eure wahre Identität geheim. Sie reden nur über den Anzug. Aber was ist mit der Uhr hier? Hey, hey, hey! Hä? Hüge ich ein? Wow! Wow!